Der Tönn- und Sportverein Scharnhausen 1897 I.V. ist ein etwa 1000-Mitglieder zählender Sportverein aus dem Ostfilderner Stadtteil Scharnhausen. Bekannt wurde der TSV Scharnhausen durch seine Handballabteilung, die als SG Stuttgart Scharnhausen zwischen 1987 und 1990 und von 1991 bis 1993 in der 2. Handball-Bundesliga spielte, sowie in der Saison 1991 91. in der Handball-Bundesliga. In der Saison 1993 94 spielte der TSV eigenständig in der 1. Handball-Bundesliga, stieg aber, wie bereits 1991 als SG Stuttgart Scharnhausen direkt wieder ab. Von 1994 bis 1997 startete der TSV Scharnhausen in einer Spielgemeinschaft mit Frisch auf Göppingen als SG Göppingen Scharnhausen in der 2. Handball-Bundesliga. Seit 2007 tritt der TSV Scharnhausen mit dem TB Reut als HSG Ostfildern an, die derzeit in der Württemberg-Liga Süd spielt. Bekannte Persönlichkeiten Daniel Brack, Handballspieler beim Schweizer Klub HCK TV Altdorf, ehemals U.A. Füchse Berlin, spielte in seiner Jugendzeit beim TSV Scharnhausen. Rolf Brack, Trainer des Handball-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstätten, ehemals Trainer des TSV sowie der SG Göppingen Scharnhausen. Markus Gaugisch, Trainer des Handball-Zeitligisten TV 1893 Neuhausen, spielte in seiner aktiven Zeit für den TSV. Wilimir Petkovic, Trainer des Handball-Bundesligisten Frisch auf Göppingen, war mit seiner ersten Station als Trainer in Deutschland beim TSV Scharnhausen. Stefan Krebitke, ehemaliger Handballspieler U.A., bei Tusem Essen begann seine Profikarriere in Scharnhausen. Josef Jakob, ehemaliger rumänischer Handballspieler, war von 1980 bis 1982 Trainer des TSV Scharnhausen. Abteilungen Der TSV Scharnhausen hat folgende Abteilungen Budo, Darts, Fußball, Fitness, Freizeit und Gesundheitssport, Handball, Radsport, Ski, Tennis, Tischtennis, Volleyball.